Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video soll es mal um ein aktuelles Thema gehen, ihr habt ja schon mitbekommen, Corona. Aber das ganze Corona-Thema ist ja natürlich groß geworden, weil es auch sehr gefährlich ist für ältere Menschen, auch wenn es nicht für uns jüngere Menschen sozusagen gefährlich ist, müssen wir darauf Rücksicht nehmen, dass wir diesen Krankheitserreger oder diesen Virus mit uns tragen und den dann weitergeben können an ältere Menschen. Deswegen am besten einfach zu Hause bleiben, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon im besten Falle und habt euch schon selber informiert. Aber darum soll es gar nicht gehen, Leute. Ich meine, es gibt viele ehrenlose Leute. Leute, die diese Situation ausnutzen, die Desinfektionsmittel für richtig viel Geld verkaufen oder die Toilettenpapier auf Ebay-Kleinanzeigen weiterverkaufen. Es gibt alles Leute. Aber wisst ihr was? Das ist egal. Das ist nicht so schlimm. Ich verstehe alles. Leute, sollen sie ihr Geld machen. Aber wisst ihr, was das Ehrenloseste ist? Wenn YouTuber anfangen, Corona auszunutzen für Klicks. Und ich zeige euch ein Beispiel. Denn der YouTuber, ja, es ist schon sehr, sehr traurig, dass ich YouTuber sage, aber der YouTuber, Symax, oder ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich zeige hier keine Ausschnitte oder sonst irgendwas, denn dazu wird auch nochmal ein Video kommen. Ich habe ein Strike kassiert wegen Urheberrecht. Dazu aber nochmal im späteren Video oder vielleicht mache ich dazu kein Video. Mal schauen. Aber es soll um den YouTuber Symax gehen, denn dieser YouTuber hat das Thema ausgenutzt, um Klicks zu ergaunern. Ja, das ist kein Witz, Leute. Dieser Symax hat wirklich das ganze Thema ausgenutzt und hat ein Video dazu gemacht. Und das Video lautet original, also jetzt kein Fake oder so. Ich lese euch genau den Titel vor. Junge hat Corona und wird sterben. Ich erfülle ihm seinen letzten Wunsch in Fortnite Season 2. Leute, habt ihr es gehört? Digga, ehrenloser geht es nicht. Ich meine, dieser Junge hat Corona, ne, Corona, und er hat das O, also er hat das O durch eine Null ersetzt. Wisst ihr auch warum, Leute? Weil egal, was mit Corona zu tun hat, könnt ihr zwar hochladen, aber nicht monetarisieren. Also das Video wird direkt gelb. Ich habe ein Video zum Coronavirus gemacht und das Ding war direkt gelb. Und genau so wird dieses Video auch gelb sein. Völlig egal, ist auch nicht schlimm, Leute. Also mich juckt es nicht. Ich mache dieses Video jetzt nicht, um irgendwie mich zu bereichern oder so. Aber ich finde einfach, sowas geht gar nicht. Also es geht wirklich, wirklich gar nicht. Digga, es ist einfach so traurig, dass Menschen mittlerweile das schon ausnutzen. Das Geile ist, er hat jetzt, nachdem viele YouTuber schon darauf reagiert, haben, ich glaube, ich habe Revi in den Trends gesehen, Standardskill in den Trends gesehen. Und ich habe heute auf Zufall, habe ich die Story von Montana Black gesehen. Und deswegen bin ich darauf auch aufmerksam geworden. Der hat nämlich auch einen Post gemacht und in seiner Story geschrieben, dass sowas richtig ehrenlos ist. Daraufhin habe ich mir das Ganze mal angeguckt. Und Leute, es ist, Digga, trauriger geht es nicht. Ehrlich. Was muss man für ein ehrenloser Hund sein, dass man sowas macht? Er hat 527.000 Abonnenten. Okay, bestimmt gerechtfertigt, keine Ahnung. Oder zu Recht, ich kenne seinen Content nicht. Aber allein dieses Video zeigt mir, dass das so richtig... Der wird alles machen für die Klicks. Ich schwöre auf alles, der wird seine Mutter verkaufen. So ein Ding ist das. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt, nach einem Tag, nachdem er gemerkt hat, Digga, oh shit, ich habe so viele Dislikes und ich habe so einen Hate kassiert, hat er einfach hinter dem Titel in Klammern Prank geschrieben. Digga, er hat einfach Prank geschrieben und denkt jetzt, ah okay, ah ja, okay, komm, da steht Prank dahinter, das wird schon nicht real sein. Wollum, du kleiner Hund, Digga, willst du mich verarschen oder was? Er hat sogar den Chat gefakt mit dem Typen auf Instagram. Aber richtig schlecht. Aber der hat sich nicht mal Mühe gegeben, einen Fake-Account zu erstellen. Der hat nicht mal ein Bild reingetan, nichts. Digga, der Typ hat das so schamlos ausgenutzt und dadurch, dass er halt diese Null hingeschrieben hat, statt ein O bei Corona, kann er dieses Video auch monetarisieren und das hat er natürlich auch gemacht. Ich habe jetzt hier gerade den Adblock an, weil solchen Leuten gönne ich das absolut nicht. Aber ich schaue mir das Ganze einfach mal an und gucke mal, wie oft der Werbung geschaltet hat. Tatsächlich sehe ich hier keine Werbung mehr. Ich sehe hier keine Werbung mehr. Die hat er wahrscheinlich rausgenommen. Also, naja, zu Recht. Er ist aber in den Trends auf Platz 4 in der Gaming-Kategorie und hat 30.000 Likes, wo ich mir so denke, Digga, was sind das für 30.000 Hunde, die das geliked haben? Sowas ist einfach ehrenloser geht es nicht. Und ich schwöre auf alles, das regt mich hier richtig auf. Weil es gibt so viele Leute, die sich Mühe dafür geben und dieser Hund nutzt das einfach aus, schreibt, Junge hat Corona und wird sterben und macht damit einfach 300.000 Klicks. Ich bin mir sicher, dass das schon in Echtzeit 500.000 Klicks hat. Aber, Digga, wie ehrenlos muss man sein? Ich verstehe es nicht. Wenigstens 55.000 Dislikes. Ich meine, das sind wahrscheinlich die Leute, die über diese anderen YouTuber kommen und das Ganze disliken. Aber, also, Kommentare sind natürlich direkt deaktiviert worden, ist klar. Und das Geile ist ja auch, dieser, also, es wird ja noch ehrenloser. Hört zu, er hat auf Instagram, ich habe ein bisschen recherchiert, bevor ich dieses Video gemacht habe, in seine Story geschrieben, ein Statement dazu abgeben oder einfach ignorieren. Und Leute, es haben so viele, sozusagen, geklickt für Statement abgeben, aber glaubt es mir, es wird kein Statement kommen. Es wird einfach kein Statement kommen. Er wird dieses Thema totschweigen und sagen, ey, im Titel steht doch ganz hinten Prank. Also, es ist nur ein Prank, es war nicht ernst gemeint. Aber das ist schon, ey, das ist schon zu spät, der Zug ist schon abgefahren. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich weiß nicht, also, ihr könnt mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber sowas finde ich einfach abgrundtief ehrenlos. Ich finde es einfach so, derbe ehrenlos, eine Krankheit oder eine Epidemie oder wie man das Ganze auch jetzt nennen möchte, auszunutzen, um Klicks dadurch zu machen. Also, ehrenloser gibt es nicht, ne? Ich schwöre es euch, es ist einfach an Ehrenlosigkeit nicht zu übertreffen. Das Geile ist, er denkt ja, das Internet vergisst. Und leider vergisst er das Internet wirklich sehr, sehr schnell. Ich meine, wenn er diesen Skandal jetzt hat, morgen, übermorgen oder überübermorgen, ist das Ding schon wieder vergessen. Was ich sehr traurig finde und schade finde. Aber, Leute, wir haben es ja schon oft genug in der Vergangenheit gesehen. Das schadet den Leuten auch. Und ich wünschte auch, dass sein YouTube-Kanal einfach gelöscht wird. Nicht, weil ich es diesen Leuten nicht gönne oder sonst irgendwas. Versteht ihr es nicht? Falsch, Leute. Ich meine, wenn jemand hart arbeitet für seine Videos oder für sein Werk, was er da errichtet, dann soll er dafür auch belohnt werden. Und Belohnungen sind zum Beispiel Abonnenten, Geld oder, keine Ahnung, Reichweite. Aber ich finde einfach, wenn man Corona ausnutzt, um dadurch nochmal ein bisschen Geld rauszuziehen, dann finde ich es einfach derbe, derbe, respektlos, ehrenlos. Und das beweist mir einfach, dass du ein Hund bist und alles machen würdest, um Geld zu verdienen. Oder ich finde es einfach ehrenlos. Es geht einfach überhaupt nicht. Und ihr könnt auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich möchte dieses Video jetzt hier auch gar nicht weiter rausziehen oder hinauszögern. Guckt euch das Video selbst an. Er hat es nicht offline genommen. Ich habe es zur Sicherheit nochmal gedownloadet, falls er das doch offline nehmen sollte, damit wir das Ganze natürlich nicht vergessen. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Meint ihr, da kommt ein Statement oder nicht? Ich habe jetzt nichts eingeblendet von ihm. Denn wie gesagt, ich habe schon einmal eine Urheberrechtsverletzung bekommen. Ich habe einen Strike und ich möchte nicht einen weiteren riskieren, dadurch, dass er das ausnutzen kann, weil es ja sein Werk ist. Deswegen mache ich es nicht, Leute. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare an. Sonst lasst doch gerne mal ein Like. Dann habt ihr auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegensatz-Shop eingeben. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.